ja und willkommen mein name ist an die röpe und ich begrüße euch zurück zu let's play final fantasy 7 remake ja in der letzten folge haben wir die slums von sektor 5 verlassen ja und jetzt sind wir in den slums von sektor 6 oder auf dem weg jedenfalls hier sieht es nicht so doll aus und ja ich habe ein bisschen die materie ein bisschen um geändert und zwar ich habe glaube ich effizienz blocken ausgenommen von cloud weil sowieso auf dem maximum level waren stehen wollte ich jetzt nicht rausnehmen weil ich ja nie weiß vielleicht hat ein gegner ja mal was geiles zum klauen war so oder ein boss oder was weiß ich und ja deswegen dass da mal drin war es habe ich frost rein gepackt und das habe ich mal rausgenommen da war ein paar sekunden nur weiß ich gar nicht mehr vision genau weil so doll finde ich das jetzt nicht ich finde die anderen dinge besser wenn als kampf ist eingesetzt werden also ja kann man machen aber muss jetzt nicht unbedingt aus sie ist kurz davor heilen hochs level ja dafür habe ich jetzt frost rein gepackt damit war jetzt mit blitz und frost zwei neue schwächen ja angreifen können weil ich so das gefühl habe wir werden brauchen und ja sollte jetzt eigentlich besser sein wir sollten jetzt besser vorbereitet sein hoffentlich einige sachen weil es los wahrscheinlich haben sie den bereich abgesperrt nachdem all die ungeheuer aufgetaucht sind du hast dann so einem ort gespielt das sieht man was soll das heißen ja gut ich hatte immer noch auf nämlich so ein haus gegner ist wahrscheinlich irgendwie ein boss oder so in dem spiel was vielen gegnern irgendwie war ich nicht so kleine mini boss irgendwie gemacht das eigentlich fliegt ging aber letztes gekämpft haben diesen roboter aber auch irgendwie so normaler gegner eigentlich aber naja 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 so wo kommen wir hier in also ich ein gegner jetzt ich nix ich muss noch mal ganz kurz geschicklichkeit bonus zu nehmen nicht nach haupt haltungsfessel mit angriff oder schwert wir betreffen okay dann mache ich doch die ganze zeit mehr aber irgendwie sehe ich jetzt nicht so geschicklichkeit bonus wir haben eine eis schwäche zum beispiel mama störung geschicklichkeits bonus da wenn ich direkt und näher sind schon diese viecher hier ist das war ja auch damit er will ich ja auch nicht angreifen kann ich bin kreisel du kannst du nix wie so ein kollegen nicht meine schule hatte jetzt mal wenn er weiß nicht wenn wir den beleidigt hat hat irgendwie seine hände von gesicht garten so spiegel als was du sagst wirst du selber ja etwa für der bohrer waffel er hat von mir kommt ich will ich will sagen der war schon irgendwie voll der loser aber da hat von mir kommt weil sie nicht jetzt war jetzt auch nicht die beliebste person in der schule damals auch wenn das schon von mir kommt dann könnt ihr euch vielleicht denken und hat für eine person sein könnte da habe ich mal das ding geworden ist ja da war komisch darauf in der schule und ekelhaft weil sie hat mal die nase geprobt ist und so okay nur blut war keine ahnung wo gehe ich hatte es ziemlich gemein oben lang ich weiß nicht wo der richtige weg jetzt hier ist das ist eine gute materia warum haben die überhaupt substanzen genannt in der deutschen version wenn wir jetzt trotzdem materia hergenommen haben haben wir haben und sinken hat sich als gründer auf der armen loa so was euch damit machen so habe ich im container und nun ja ich sehe schon glaube ich schlag ein cloud jetzt verzweifelte versuche ich glaube da will uns jemand herdern naja zum glück habe ich ja nicht scheu ist nicht ganz schön rum ich weiß immer noch nicht weil ich mit dem ding machen soll die seite untergelöst ich weiß nicht wo ich damit hin soll ich glaube das ist nicht richtig der leiter komme ich noch nicht dran oder naja geht mir automatisch in die richtung ja ja und unten ich bin jetzt wenn ich satieren gepackt habe da warte mal da jetzt das kann man darüber balancieren irgendwie ja bei solch solch iris greifen ich glaube soll er es greifen ja man sagt doch na gut sind noch gegenseitigen farben das absetzen nein okay cool ach dann weiß ich an iris gehen wir runter ich nehme an sie kann dann gegenstände einsammeln wenn ich aber gut hat das spiel ein so war und so greifen das ganz feste in die hand so am fag stadt hier hin naja du gehst mal und sammelt das schön ein nehmen sie ganz fest in die hand nehmen sie in den armen in die augen hebe sie hoch batista bombe sie primary lotus hacker lifter ab okay in der eis primary lotus auf versiegelung wenn es glaube ich gegen einem stummen zustand irgendwie versetzen also eigentlich nicht so nützlich solche sachen funktionieren die funktionieren fast nie in final fans zu spielen das status dinger also jetzt aber okay jetzt wird mir nichts angezeigt also start sachen wie blind und so ich habe mir letztens mal so eine glitsch compilation von final fantasy man guckt von dem original natürlich und da gab es auch ein blind zustand also blind ja sorgt dafür hat gegner nicht mehr so gut treffen und angeblich soll der blind zustand überhaupt nichts gemacht haben weil das spiel irgendwie so verpackt war da ist sowas im gegner im blind zustand gepackt und das soll angeblich deren treffer genauigkeit natürlich senken weil ja die sind blind aber angeblich hat hat überhaupt nichts gemacht das spiel voll buggy war irgendwie und ja ich weiß mal ja und der in den meisten final fans zu spielen weil er nicht muss ich genau wissen welcher gegner hier wirklich nein ich will erst mal dahin jetzt kann ich ja nicht mehr runter hat gibt es nicht ja ich glaube da kommt man irgendwann noch mal eben da ist eine volt tür hier ist lass mich hier noch mal ein bisschen erkunden okay mäuschen also nicht einfach so gehen und hat wie alles eingesammelt haben ich hatte was woanders lang gegangen bist du in den gelaufen gerade da müssen wir sogar gar nicht hin und sagt hat doch und sagt oder hier so ein abstecher machen willst mädel das ist ja eine szene verpasst oder wird jetzt auch irgendwie war ok ja schon wieder musik was ist das von lied kosmo canyon ich höre natürlich nichts weil fernseh so leise sind als remix dann kann ich nichts anfangen dann den 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 so habe ich das lied winter im kopf noch so jetzt kann ich herunter geil jetzt will ich hier gucken kann ich mich natürlich aufhalten also man käme so oder so dahin ja was doch auf klaut sind als wert heißt als wertvoller mülle herumliegt hier ja oder nee ok ja dann versucht sich jetzt recht zu finden warum kann ich hier nur so langsam laufen das hatte ja das dachte volt für zu volt 101 du bist im ort geboren du wirst im wort sterben ich dachte so wo sind wir jetzt ist hier jemand wird verlassen er war jemand ist noch frisch wir könnten hier über nach dem cloud dafür fehlt uns die zeit außerdem hey guck mal Leute die wollen uns ausrauben hey hey was fällt euch ein hier so rum zu wühlen das werdet ihr uns kompensieren alles klar kompensieren kompensieren was denn das überhaupt hole nuss du hast aber auch echt mal von gar nichts kompensieren ist also na du weißt schon das was cloud macht mit seinen dicken schwertern das ist so eine art von ähm also ähm mit der richtung vorlaut was für idioten back butch wir sind echt den fallout botch wenn tunnel snakes ja was du klaus mein geld da warte du da hatte wenn ich aufstehen er dann war weg oder hat so ein knüppel sich gerade also wie ich von alles so viel schaden das war normaler schwierigkeit ist gerade oder eine schon tot nee was jetzt gerade teleportiert habe ich gesehen oh mein gott der junge wirksam feuer hey wen habe ich noch nicht putsch jetzt bin ich schon wieder diese blöden habe ich mir so oft die märchen konter bonk haltetag ich habe nämlich gehört bestimmt nicht auch ganz sicher nicht diese blöden effekte er nehme ich die ganze der paralysieren oder einstecken da gehen wir langsam nicht ja ich glaube wir sind tot also hoffentlich sind die tot weil sonst hau stehen mein knüppel ins gesicht um sicher zu gehen meine spitzen auch noch nicht ohne mich ab ich bin mal ganz gucken wir sind weg ich habe mir aber liegen gelassen weiß ich nicht das kampf thema von dem irgendwie der zweite sami sagt walmart thema so denn wenn ich bin bestimmt vom raum hat wenn es sich geben würde von der alle materie wäre so schön wie kommst du jetzt darauf du brauchst nicht drüber reden wenn du nicht willst hattest du gute freunde bei soldat warst nein hatte ich nicht ach so das stimmt nicht ganz das es war das der 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 also ja in die fresse ich von dem hat clown schnell dran krass warum aber ich dachte er wird jetzt da runter fliegen heilen irgendwie funktioniert krieg ich keine dings wenn ich das einsetze okay nur da irgendwie scheint hat zu funktionieren nein jetzt letzt man macht den kampf viel angenehmer jetzt da kannst du noch schnell gewählt ein hauen oder kampf wird endet ist stirbt okay naja schon wieder ein kran irgendwas wollte gucken ich wollte glaube ich meine waffe wechseln weil naja keule ist glaube ich sehr schwach dieser komische wechsel ist auch doof kann seine iris irgendwie stärke waffen hat plötzlich 27 magies übelst hoch aber kommen wir mal wieder eine weitere materie ausrüsten nein natürlich machen so sorge witter stehen analyse ein gewitteranalyse so war ja noch mal gut rein wenn wir alle elemente abgesichert haben und machen wir nicht nach drinnen nein geheilen gewitterglut stehen analyse was hätte ich noch drin naja schlafen wenn bei stummen tobsucht anwendbar brauche ich nicht wirklich ausweich rundum schlagen erinnert hatte ich noch das kurz davor gemeistert zu werden also ja analyse auch kurz davor gewaltt werden blut schon aufschub zwei quitter so glaubt man wer mit dem panzerschwert um dann machen wir wieder kran action ja kann ich kann meinen armen bewegen also auch so dumm an den namen ob blau materie abziehen den armen wechseln oh okay ich sehe schon da erstmal nämlich das hier und dann muss ich doch wahrscheinlich da eine richtung da dann packe ich da mal hier hin absetzen bitte da ist du schnapp sehr fahren weil das will ich haben stehe anfang der erklärt haben mit dem greif am besten wenn er ja auch gesagt wird hier mit drei können sie den greif am besten so meine prinzessin gehen wir mal in die richtung aber ich kann auch andererseits hier ich bewegen aber so hat haben wir denn da bitte seine alle materie ja da wäre ich geil amplifikation okay sagt mir jetzt nix so erstmal wechseln kann ich sie so erreichen die mandat hier muss ich aus dem weg räumen weil das eine leiter andere richtung war so soll ich jetzt sehr mithin ich denke an da irgendwo hinstellen aber geht nicht ich kann den armer nicht wechseln menschen halte dann passt doch voll da rein ja ich warte ich sehe ich habe so eine ahnung was ich machen muss so erst einmal muss ich dich ja ja mal ins händchen nehmen also irgendwann kann ich mich nicht mit den anderen dingen ja hochheben verstehe ich aber immer noch nicht genau wie ich sie an darüber kriegen soll so ich hoffe du gehst aus dem weg wenn ich jetzt neb du bleibst genau da stehen ne warum iris aber diese gelben dinger zu sagen einen dann mehr oder weniger kannst nur dahin und dahin absetzen dann packen mich jetzt mal ihren da geht es aus dem weg ist klar okay so dann ich muss eigentlich nur eine dinge aus dem weg räumen da oben ist ich nehme an jetzt gehst du nach links wenn ich jetzt geht es nach rechts wenn ich nach links drücke ist klar du kommst jetzt mal dahin so dann nehmen wir dich und packen mich dann auf dem anderen drauf so hatte ich das jetzt geplant erst mal schicken wir ja so das ist ja mal erst packen sie auf dem ding mit dem anderen arm und packen sie ja darüber big brain time mit dann ihre schön oder ich kann show you the world shining shimmering swag sag ich würde lieber nicht so nah dran stehen wenn es das ding noch senken rutscht einmal klaut ab gibt da voll die stelle aber so eine richtig große stelle kommt sich meiner die hand an kommt eine stelle mit echo wir haben den ganzen vatikanern halt wir haben jetzt nicht gesagt irgendwie hier ist noch ein gegenstand oder so ne also ich meine ich habe alles richtig gemacht so amplifikation ist es kam nicht so im original vor materie ja ja so kann ich auch nachgucken aber egal der wirkungsbereich gefunden und der materie wird ausgeweitet drücke im kampf und die wirkung wieder auf einen einzelnen ziel also dann ist die alle wo noch stärke sinkt um 60 prozent dann ist also eine alle materie ja cool na dann machen wir das hier natürlich haben wir dann raus luft würde ich sagen nein nur amplifikation warum nicht einfach alle so das heißt sie kann jetzt auf alle dinge einsetzen ne frost luft magie bus mp bus dauert so lange bis man das hochlevel ist irgendwann mehr dinge hat da kann sie jetzt auf alle anwenden cool glaube ich jedenfalls so nach der beschreibung zu urteilen klang hat jedenfalls danach es werden ja alle materie von denen brauche ich mehr neben euch viel mehr nicht voll auf nutzt so jetzt geben wir mal eine high five kommen zwei nicht schlecht weiter geht's na ja das war akkord beim nächsten mal klappt das bestimmt jetzt sei doch nicht so ich wollte hier doch nur ein high five geben ja schon ein bisschen traurig weil du nicht dieser eine diese eine person die irgendwie social awkward ist die man versucht irgendwie aus sich raus zu gehen dann weil sie nicht zurückgewiesen wird aber es war traurig jetzt es viel zu relatable für mich muss jetzt mal ein paar beenden gut damit ich sagen ich bin die partier in der nächsten folge geht es dann weiter mit den slums von sektor 6 und ja hoffentlich erreichen wir mal den walmart wenn uns nicht hier noch mehr so gang mitglieder hier weil sie nicht auf die nerven gehen und ja wie sie soll ich dankeschön für zuschauen ich hoffe ich halte bei wenn ihr hinterlas bitte ein abo und kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten folge guter tschüss